Damit können wir uns jetzt mal die Zusammensetzung der Nationalversammlung ansehen, die am 1. Oktober 1791 erstmals zusammentritt. Es gibt ja insgesamt 745 Mitglieder und tatsächlich die allerallermeisten waren Unabhängige. Das waren 345 Mitglieder, also ein sehr großer Anteil. Es gibt dann allerdings im Grunde zwei größere Gruppierungen in dieser Nationalversammlung. Auch wenn sie heute Bergpartei genannt wird, sollte man vielleicht mit dem Begriff der Partei etwas vorsichtig sein. Es ist eben keine Partei im modernen Sinne. Es gibt die Bergpartei, die aufgrund ihrer Position in der Nationalversammlung so genannt wird. Sie waren halt eben oben. Sie bestand aus Girondisten. Das waren eben jene, die zwar republikanisch gesinnt waren, die aber auch mit einer konstitutionellen Monarchie leben konnten. Es gibt die sogenannten Cordeliers und die Jakobiner, die ja später in der Revolution noch sehr wichtig werden sollten. Und beide waren republikanisch gesinnt. Das heißt, in dieser Bergpartei saßen meistens Mitglieder, die den König ganz beseitigen wollten, also das Königtum aufheben wollten. Dann gibt es die Feuillons. Das sind im Grunde die Gemäßigteren. Das waren 264 Mitglieder und sie waren für eine konstitutionelle Monarchie. Insgesamt zeigt sich also, dass zu diesem Zeitpunkt noch immer die meisten Mitglieder für eine konstitutionelle Monarchie waren und noch nicht für die Abschaffung der Monarchie plädiert haben. Was passiert derweil? Natürlich geht diese ganze Geschehniskette in Frankreich nicht ohne Reaktion von außen vorüber. Es gibt am 27. August 1791 die sogenannte Deklaration von Pilnitz. Diese Deklaration kommt aus Österreich und Preußen. Kaiser Leopold II. und König Friedrich Wilhelm II. drohen jetzt Frankreich damit, dass sie Ludwig XVI. notfalls auch militärisch zum absoluten Monarchie wieder einführen werden. Allerdings war das momentan nicht mehr als eine Drohung, denn da England als eine weitere Großmacht gegen ein militärisches Einschreiten war, wurde diese Deklaration von Pilnitz zunächst nicht umgesetzt, obwohl die Franzosen es trotzdem als eine Art Kriegserklärung gesehen haben. Diese Deklaration hatte natürlich auch eine starke Wirkung und die Franzosen wollten sich sicherlich nicht vorschreiben lassen von außen, wie sie ihre Revolution zu führen haben. Am 20. April 1792 kommt es dann zur Kriegserklärung an Österreich. Allerdings verläuft dieser Krieg zunächst einmal nicht gerade erfolgreich. Die französischen Revolutionstruppen verlieren und es wurde auch häufig vermutet, dass eben viele auch noch königstreu waren und deswegen absichtlich verloren haben. Für diesen Krieg im Übrigen stimmten im Nationalkonvent bis auf sieben alle Abgeordneten. Der König selbst begrüßte auch diese Kriegserklärung aber natürlich aus einer ganz anderen Absicht. Die Revolutionäre, das ist klar, sie hofften durch einen Sieg eben ihre Revolution zu festigen und sich zu behaupten zu können, vielleicht sogar ins Ausland exportieren zu können. Der König natürlich hoffte auf eine Niederlage, um dann, wie es die Deklaration von Pilnitz wollte, wieder als absoluter Herrscher eingesetzt zu werden. Allerdings war eben dieser Krieg jetzt auch Auslöser für eine Radikalisierung im Inneren. Es lief ja zunächst nicht so gut und viele sahen eben auch im König ein Problem. Der König, das wusste man, der stand eigentlich nicht so ganz zur Revolution und es kommt dann am 20. Juni zum ersten Sturm auf eben die Tuilerien. Das war dort, wo der König lebte. Der König konnte diesen Sturm zumindest abfedern, beziehungsweise die Masse besänftigen, indem er eine dieser Jakobinermützen aufgezogen hat. Diese roten Mützen, relativ bekannt. Diese zog er auf und damit signalisierte er, er sei doch Freund der Revolution. Natürlich stimmte das nicht, aber er versuchte damit eben die Massen zu beruhigen. Allerdings lange blieb es nicht ruhig. Am 11. Juli 1792 wurden alle Freiwilligen zum Kriegsdienst einberufen und am 10. August 1792 erfolgte ein zweiter Sturm auf die Tuilerien. Und Ludwig XVI. flüchtete zwar ins Nationalkonvent, wurde dann aber trotzdem abgesetzt. Und das war jetzt schon mal das Ende der Herrschaft Ludwigs XVI. Die Monarchie war offiziell zwar noch nicht abgeschafft, also es gab zumindest noch keine Republik, aber es war klar, dass die Monarchie an diesem Tag ein Ende gefunden hat.